hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video ihr seid bei trimester d und ich bin maxi so heute kommt das nächste alpha pack opening video auf unserem kanal ihr seht ja schon ich habe 68 alpha packs und auch schon 60.000 ansehen also wir können ja vielleicht mal schauen vielleicht kaufe ich danach noch welche genau und vielleicht mache ich auch so wenn ich es wenn ich paar clips habe dass ich wenn ich ein episches oder legendäres alpha weg bekomme dass ich dazwischen mal ein kleinen clip dazu schneide das werden wir aber werde ich dann alles sehen beim schneiden von der länge her wie es passt und ich muss zugeben ich bin noch nicht ganz fit vom stream aber ich habe jetzt 30 stunden geschlafen es muss reichen deswegen fangen wir einfach mal an mit den alpha packs ja kann sein dass ich nicht so viel kommentiert ok ich würde sagen wir fangen erstmal mit den sandliss packs an die ich immer noch habe die zwei stück ich finde da gibt es nicht so coole sachen dabei aber wir können einfach mal schauen genau fangen wir an blau da gibt es kein weißes dabei also blau ist jetzt nicht so gut und einen kleinen talisman infotauchgang und das zweite machen gleich hinterher auch blau auch ein talisman tja man kann nicht alles haben ist jetzt nicht so cool ich bin eher ein fan vom einhorn talisman den kennt ihr bestimmt auch das legendär den habe ich so fangen wir an mit den 66 alpha packs und was ist es das erste alpha pack in unserer serie das ist weiß was will man denn mehr ein scheiß ein scheiß skin man und gleich noch mal ein weißes das fängt doch super an ähm wieder weiß ähm ist jetzt nicht so cool kommt schon wann kommt das nächste endlich mal ein geiles alpha pack und das erste epische ich brauche jetzt ein clip ein und danach zeige ich euch das alpha pack 15 sekunden 10 sekunden übrig feindliche aktivitäten hinter sichern letzter verbleibender gegner ist ich auch war weil die bedrohung neutralisiert ist ich Sicherung des Raumes einstellen. Gegner eliminiert. Eignet tot erfolgreich. Und was ist drinnen? Duplikat. Mann, oh man. Was soll man dazu sagen? Und ein Blau? Bei Blau wünsche ich mir immer ein Chibi. Chibis sind lustig. Ja, Toy ist auch nicht so verkehrt. Jetzt ist Sven einfach in meinen Trupp gekommen. Danke Sven dafür. Machen wir einfach gleich weiter. Und... Episch wieder. Come on. Komm, Black Ice. Black Ice. Komm. Sven, hörst du bitte auf. Tja. Naja. Was soll man dazu sagen? Es schaut lustig aus. Wie so ein Taucher. Mit seiner Taucherbrille. Aber wir machen gleich weiter. Sonst dauert das Video so lang. Oh, das ist weiß. Wer macht sowas auf seine Waffe? Es ist einfach so... Als ob man einfach so ein paar Farbeier genommen hätte und einfach auf die Waffe geklatscht hätte. Einfach Rotze. Und ich glaube ich habe für die Frostwaffe Black Ice. Also würde ich es auf jeden Fall nicht drauf machen. Oh, Blau. Schauen wir mal. Ist das ein Chibi? Come on, Chibi. Come on. Universelles Talis... Äh... Universelle Skin. Naja. Werde ich jetzt auch nicht so oft drauf machen. Würde ich lieber Plasma Pink drauf machen. Oder... Elefantentarnung. Elefantentarnung ist da auch noch cooler. Sonnenbrand. Naja. Da haben wir jetzt was für Niklas bekommen. Für den kleinen Senshu. Den Glatzkopf. Größe geht raus an dich. Man kennt das. Den Sprachkeler. Und wieder Reis. Mann, wann kommen denn jetzt neue, richtige, schöne Skins? Ja, hier auf jeden Fall nicht. Lukas! Kann man das irgendwie blockieren? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ihr stört gerade ein Video. Oh, nächstes Weiße. Du... Du störst das Video, Mann! Ich bin gerade mitten auf der Aufnahme! Danke, Lukas. Ach, okay. Kein Stress, Leute. Kein Stress. Alles gut. Aber hier mal wieder ein Duplikatsäure. Regen, wer kennt es nicht? Jetzt kommt doch! Wann kommt das erste Black Ice? Oder das erste Legendäre? Oder der erste Chibi? Kommt schon! Blau? Chibi? Ja, okay. Okay, ist okay, aber man hat halt bei Ashton Elite Skin. Es ist schon okay. Also, das hinten mit dem R6-Zeichen, das gefällt mir schon gut. Und Duplikat. Ja, wir können uns wahrscheinlich schon noch ein paar Alphapacks kaufen. Muss ich schauen, ob ich ein zweites Alphapack-Opening-Video mache oder... Oh, shit. Komm! Erstmal, Guys! Come on! Du Hund, Alter! Du Hund! Mann! Kommt schon! Ubisoft, was ist los? Blau. Chibi oder irgendwas Cooles. Come on! Perfekt. Haben wir das nicht gerade bekommen schon? Ich weiß nicht. Aber irgendwas haben wir gerade für die Shotgun bekommen. Weiß. Komm. Ubisoft. Wer ist jetzt drin? Kalender. Ich bin ja... Alle wollen mit mir spielen. Ich kann jetzt nicht. Duplikat. Was ist das denn jetzt hier? Ich habe so lange gespart und jetzt kommt nur weiße Scheiße. Hat sich gereimt. Oh lala. Mann, Leute. Episch. Episch. Komm. Black Ice. Bitte. Jetzt hat... Es war gleich das vierte oder fünfte Epische. Jetzt sollte mal Black Ice kommen. Duplikat. Ich habe doch sogar Valkyrie Elite Skin warm und kriege das wie Scheiß Kopfbedeckungen. ganz ruhig. Es kommt schon noch. Wir sind Optimisten. Also ich bin auf jeden Fall Optimist. Was ich über euch ausschaut. Aber jetzt... Komm. Kein Duplikat bitte. Irgendwas cooles. Irgendwas... Black Ice. Irgendwas Black Ice. Danke dafür. Oh Mann. Was ist das für ein Talisman? Leute. Weiß. Ich höre gleich auf mit dem Video. Das Video ist so scheiße. Das kann ich euch nicht bieten. Was ich hier... Was ich hier in meinen Alphabacks bekomme. Es ist... Es ist einfach nicht mehr witzig. Es ist einfach nicht mehr witzig. Ich bekomme nur noch Duplikat. Und Weiß ist auch jetzt nicht cool. Weiß ist nicht cool. Danke. Jetzt... Wenn es jetzt ein Duplikat ist, dann höre ich gleich auf mit dem Video. Also dann... Dann brauche ich euch eigentlich nichts zu ergeben. So. Ubisoft. Wenn das jetzt ein Duplikat ist, dann willst du gleich das Video auf. Aber ich mache wahrscheinlich trotzdem weiter, weil ich... Was sind das für neue Talisman? Wer will den scheiß Dinosaurier an seine scheiß Waffe hängen? Das gibt es doch nicht. Der zweite scheiß Dinosaurier. Wenn jetzt noch ein Dinosaurier kommt. Wenn jetzt noch ein Dinosaurier kommt. Nein. Es kann nicht sein. Es kommt noch ein Dinosaurier. Was ist das für ein scheiß Ubisoft? Niemand will sich ein scheiß Dinosaurier an seine scheiß Waffe hängen. Wer will das? Wer will das? Schreibt in die Kommentare, wer das will. Niemand. Niemand will sich ein scheiß Dinosaurier an seine scheiß Waffe hängen. Und dann sind die sogar noch episch, weil ich die doch weiß. Damit man nicht... Damit man nicht denkt, dass es scheiß episch ist und dass man scheiß Begeist bekommt. Erste Legendäre. Wenn ich als Termite Kopfbittergur bekomme, was ich schon zweimal als Duplikat bekommen habe. Dann beende ich das Video. Dann beende ich das Video. Ich beende es. Ich gehe dann mal. Es ist ein scheiß Alphaback Talisman. Ich habe jetzt schon 50 scheiß Alphabacks... Nein, warte. Wie viel hatten wir? 59 glaube ich, oder? Ich habe schon über 20 Alphabacks geöffnet. Und es war nur scheiße dabei. Was soll ich hier tun? Was soll ich tun? Ich spare... Keine Ahnung. Ein paar Monate an scheiß Alphabacks, um sie euch zu zeigen. Und dann kommt so eine Scheiße. Es ist einfach nicht mehr lustig. Wer will sich ein scheiß Dinosaurier oder ein scheiß Alphaback Talisman an seine scheiß Waffe hängen? Alphabacks sind nicht cool. Dann kriegt man nur Aggressionen. Dann kriegt man mehr Aggressionen als von diesem scheiß Spiel, aber von FIFA. Und FIFA gibt man die dermaßen Aggressionen und Depressionen, die man sich in seinem Leben vorstellen kann. Aber da kommen noch Alphabacks dazu. Es gibt's nicht. Ich bin gerade mehr als auf 180. Ich kann nicht mehr. Und jetzt kein... Ich sage jetzt einfach nichts mehr. Ich sage nichts mehr. Ich sage nichts mehr. Okay. Es ist okay. Ich spiele jetzt Cavera nicht so oft, aber es ist okay. Es ist okay. Ich... Ich beschwere mich jetzt nicht. Da es kein Black Eyes ist, aber es ist okay. So. Duplikat. Blau. Ein Chibi. Danke. Ubisoft hat mich erhört. Ein Applaus für Sie. Capcom Chibi. Es ist okay. Ich spiele nicht so oft Capcom. Aber es ist ein Chibi. So. Was haben wir als nächstes? Noch ein Chibi. Danke. Danke Ubisoft. Ubisoft will nicht, dass ich das Video beende. Danke Ubisoft. Duplikat. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Flux! Es gehen Grüße an dich raus. Ich habe dein Waffendesign bekommen. Puh. So. Ganz ruhig. Weiß. Wer spielt die 417? Ich habe für die 417 Black Eyes. Das ist so traurig. Und ich bekomme hier kein scheiß eigenes Black Eyes. Das Einhorn-Teil ist wahr. Einhorn-Skin. Schaut einfach direkt aus wie Flux seins. Ist Flux ein Einhorn? Das ist die große Frage. Ich glaube Flux ist ein Einhorn. Ich mag Einhörner. So. Jetzt ist es raus. Episch. Bitte. Nein, ich sage nichts. The Guys, come on. Jetzt ist mein scheiß Controller ausgegangen, weil ich schon so sauer bin. Leute. Warum macht ihr das denn dann episch? Da wird man nur scheiß salty. Ach. Jetzt habe ich mich schon wieder verdrückt. Und mein scheiß Kabel hängt in meinem Stuhl fest. Was ist das für eine Scheiße? So ein Scheiß-Video, Mann. Ach. Och. Und dann fragt ihr euch, warum man das Spiel nicht mehr spielt. Oder da fragt man sich eigentlich wirklich. Wie hat Ubisoft geschafft, mehr als 30 Millionen? Scheiß-Mitglieder zu bekommen? Und ich hoffe, es kommt einfach niemand mehr in meinen Scheiß-Trupp und nervt mich. Weil ich kann jetzt wirklich nicht. Ich kann jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht. Hallo? Wenn die dieses Video... Ach. Hey. Ist sogar cool. Ich mag das. Ich liebe das, wenn dieses... Dieses... Diese Sex dort ist. Ne, ich finde die wirklich geil... Cool. War noch ja auch bei diesen... Wie kann man einen Scheiß-Trupp blockieren? Ubisoft... Nehmt das bitte ins Spiel rein. Dass ihr einen Scheiß-Trupp blockieren könnt. Ich hab mich schon auf nicht stören gestellt und jetzt nerven sie mich noch mehr. Solang Halo nichts redet, ist alles gut. Toll. Nice. I like it. Aber ich spiel... Eher die 5.7. Die andere Pistole von den... Von den FBI-Leuten. Da hab ich auch toll drauf. Es ist okay. Oh, weiß. Das ist... Es ist... Es ist nicht was Schlimmes. Ich bekomme ja nicht mal Weiße. Aber... Ich bekomme halt blaue und epische, die so... Dreckige Scheiße sind. Das macht einen einfach aggressiv. Genauso wie du, Halo. Weiß. Duplikat. Wer kennt's nicht? Können wir nicht... Ähm... Halo. Halo will mich wirklich aufregen. Blau. Komm mal. Was ist es? Safran. Naja, wer benutzt schon universelle Waffentarnungen? Moment. Was soll ich damit anfangen? Duplikat. Duplikat. Grüße genaues an Chen... Senju. Kein Duplikat, aber komplette Scheiße. Duplikat. IQ, Chibi, Duplikat. Hm. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich den habe. Ich wollte mich eigentlich gerade schon freuen, aber dann wird's Duplikat. Perfekt. Danke dafür. Danke dafür. So, und jetzt kommen nur noch Weiße. Ich bin so salty. Es kommt einfach... Was ist das für ein Machten-Scheiß-Bloom-Taskin, Mann. Warum sag ich die ganze Zeit Thales-Bloom? Ich hab keine Lust mehr. Duplikat. Und ich glaube, ich verballer noch mein ganzes Ansehen. Nur weil jetzt das scheiß Alpha-Pack so viel Scheiße drin war. Da hab ich zwei Legendary-Skin drauf. Was hab ich denn jetzt mit Toy? Toy, Toy ist cool, aber ich hab für die Deagle zwei legendäre Skins. Die erste Regel. Mann, ich hasse Thales-Mane. So. Bitte Black Eyes. Bitte Ubisoft. Bitte. Ubisoft gönnt mir nichts. Ubisoft gönnt mir einfach nichts. Mann, ich spiel kein Capcom. Capcom ist ein Scheiß-Operator. Da hab ich Black Eyes drauf. Mann! Ich will nicht mehr. Ich will einfach, dass das Video zu Ende ist. Bitte Ubisoft. Wenigstens Black Eyes. Bitte. Bitte. Du hast mir so viel Scheiße angetan. Bitte. Ich will jetzt kein Dinosaurier kriegen. Und ich... Oh, Scheiß. Wenn ich jetzt ein Dinosaurier bekomme... Ich beende das Video. Es ist einfach dann zu Ende. Einfach so. Okay, das ist ein cooler Skin. Aber ich hab immer noch zwei... Legendäre Skins auf der Waffe. Okay, Ubisoft? Okay. Okay. Okay, okay. Er ist wirklich cool. Muss man schon sagen. Aber mal wieder kein Black Eyes. Das waren alle schon. Das ist so traurig. Leute! Ich kann mir nicht mal die 25 kaufen. Okay, ich kaufe jetzt noch 5. Mann, das sind nur 5. Das ist doch... Was ist das? Sven, wenn du jetzt irgendeine Scheiße laberst... laberst... Ich kaufe noch mal 5. Da haben wir jetzt noch mal 10. 10, um Ubisoft alles wieder gut zu machen können. Ich will jetzt noch mal ein legendäres. Ich will jetzt noch mal ein legendäres. Ein cooles legendäres. Okay? Dann will ich noch ein Black Eyes. Mehr ist nicht verlangt. aus 10 Alpha Packs. Das fängt gut an. Come on. Ich glaube an dich, Ubisoft. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich, Ubisoft. Du kannst alles wieder gut machen. Alles. Okay? Du kannst alles wieder gut machen. Wie waren das... Wie waren das... War das das Dritte oder das Vierte? Komm. Du kannst alles wieder gut machen. Du kannst alles wieder gut machen. Ich gebe es auf. Und meine Schwester sagt, sie kriegt Scheiße. Was ist das? Das war jetzt, dass ich das zum dritten Mal bekomme.